64 Negation 1 Verneinung 1 I don't understand the word. Ich verstehe das Wort nicht. Ich verstehe das Wort nicht. Ich verstehe den Satz nicht. I don't understand the meaning. Ich verstehe die Bedeutung nicht. Ich verstehe die Bedeutung nicht. The teacher Der Lehrer Do you understand the teacher? Verstehen Sie den Lehrer? Verstehen Sie den Lehrer? Yes, I understand him well. Ja, ich verstehe ihn gut. Ja, ich verstehe ihn gut. The teacher Die Lehrerin Do you understand the teacher? Verstehen Sie die Lehrerin? Verstehen Sie die Lehrerin? Ja, ich verstehe sie gut. Ja, ich verstehe sie gut. Nein, ich verstehe sie nicht so gut. Nein, ich verstehe sie nicht so gut. The girlfriend Die Freundin Die Freundin Do you have a girlfriend? Haben Sie eine Freundin? Haben Sie eine Freundin? Yes, I do. Ja, ich habe eine. Ja, ich habe eine. The daughter Die Tochter Die Tochter Do you have a daughter? Haben Sie eine Tochter? Haben Sie eine Tochter? No, I don't. Nein, ich habe keine. Nein, ich habe keine. Die Tochter Die Tochter Die Tochter Die Tochter